Hier im Teamwork 09 wird der Jugendwahlkampf der SPD koordiniert und gestaltet. Wir hier im Team helfen, dass sich junge Teams in ganz Deutschland gründen und einen engagierten Jugendwahlkampf für die Jusos und für die SPD machen. Wir haben hier einen schönen Kongress hingelegt. Die Jusos haben gezeigt, dass die Kampagnen stark sind in der Europawahl. Sie haben Frank-Walter Steinmeier gestern hier gut empfangen und jetzt geht es darum, in den nächsten 100 Tagen richtig Gas zu geben und einen ordentlichen Jugendwahlkampf hinzulegen. Ich freue mich darauf, es wird eine Menge Arbeit, aber ich glaube, wir schaffen das. Ohne euren Einsatz läuft nichts. Ihr seid die Zukunft der Partei, weil vor allen Dingen liebe Leute, in eurer Hand liegt die Zukunft dieser Gesellschaft. Bitte geht raus, geht an die Leute, überzeugt andere. Wir brauchen jeden am 27. September. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.